so meine freunde der kameramann hat einfach schon mal angefangen das lecker fässchen auspacken wir wollten euch doch hier teilhaben lassen leider gibt es aber noch keinen duft handy wo man schnuppern kann wie das schön nach knoblauch und scharfer soße riecht so eine gabel ist unten na gut wir werden jetzt erstmal ein kleines essen veranstalten und wenn wir noch lust haben machen wir noch ein kleines video tschüss bis dann freunde